um es zumindest mal zu rekapitulieren. Und nun unsere Freunde aus London. Sie haben nichts mit der Königin zu tun. Sie sind eine Popgruppe, die so internationale Musik macht, wie die Zusammensetzung dieser Gruppe. Sie werden in den nächsten Tagen ein paar Konzerte hier in Deutschland geben, in Köln, in Frankfurt, in München und dann in Wien. Heute sind sie bei uns. Hier ist Blue Rondo à la Turk. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.